Noch einmal zeigt der Sommer, was er kann am Sonntag hier in Neustift beim Neustifter Kiertag beim Frühschoppen. Da ist es schon angenehm warm, die Sonne scheint und es ist kaum eine Wolke am Himmel zu sehen. Und so präsentiert sich dieser Sonntag fast in ganz Österreich und stellenweise werden bis zu 34 Grad erwartet. Der Sommer, der geht also noch einmal hier in die Vollen. Aber bereits am Abend soll es hier in Vorarlberg zu einer kleinen Störungszone kommen. Da kommt nämlich eine neue Störungszonen-Gewitterfront und die könnte schon in den Abendstunden in Vorarlberg zumindest Regenschauer bringen. Aber im restlichen Land bleibt es schön und ungetrübt. Auch am Montag geht es heiß weiter. Da werden bis zu 32 Grad erwartet. Hier kann es dann allerdings im Westen wirklich zu mehreren Regenschauern kommen. Da ist die Störungszone dann schon in Österreich, hat sie erfasst im Westen und zum Teil auch den Norden. Da bilden sich Quellwolken und Regenschauer im Bergland und auch Gewitter im Osten und im Süden. Da bleibt es bei den harmlosen Quellwolken und insgesamt ist es immer noch ein schöner sommerlicher Tag. Ebenfalls dann am Mittwoch zumindest im Süden und im Südosten. Da bleibt es heiß und sommerlich. Da haben wir wirklich angenehme Temperaturen und noch einmal viel, viel Sonnenschein. Aber im Rest des Landes wird es schon am Vormittag zu Regenschauern kommen. Im Norden, im Westen, da ist es schon trüb und das ist eben die Störungszone, die sich hier breit macht. Und vielleicht kann im Norden noch hin und wieder die Sonne durchblitzen. Aber insgesamt wird da eher das unbeständige Wetter dominieren. Aber eben wie gesagt im Süden und im Südosten noch einmal sommerlich warm.